Das ist, was geht, Freunde der Senkais und der Theorien darüber? Willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und wie ihr vielleicht dem Titel schon entnehmen könnt und auch dem Thumbmail, geht es heute um meine persönlichen Favoriten für die nächsten Senkais, beziehungsweise welche ich mir wünschen würde für die aktuelle Meta und auch für einige Teams, die gerade meiner Meinung nach zu schwach sind und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los und zwar mit dem Genki-Dama-Goku und zwar diesen Genki-Dama-Goku hier ja, er hat glaube ich schon mal einen Buff zumindest bekommen, vielleicht sogar zwei, ich bin mir nicht ganz sicher warum wurde er wohl nie gespielt das ist eigentlich ganz leicht erklärt genau das gleiche wie bei Turds, er bufft halt nur Lila und es gibt halt so viel bessere Charaktere, die Lila buffen und gleichzeitig noch andere Teams buffen deswegen ist er zu Recht einfach nie gespielt worden, wobei er eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil wenn wir mal hier gucken, man kann mit der grünen Karte halt den Spezialangriff zweimal verstärken dadurch kriegt er 160% mehr Damage auf seinen Spezialangriff und eine 70% Chance auf Ohnmacht mit seiner einarmigen Genki-Dama also die macht sehr viel Damage dazu noch die eigene Kritischrate um 60% ab das macht im Verhältnis sehr viel aus davor ist er halt ein ziemlicher Tank aber er hat natürlich mit seiner ja relativ lahmen einzigartigen Fähigkeit in der Mete absolut gar keine Chance ich würde mir halt wünschen, dass dieser Charakter einen Senkai bekommt aber dann hier auch drauf steht Movie Saga oder Sonnenfamilie buff das fände ich halt ganz gut und dass natürlich die beiden Fähigkeiten hier verbessert werden zum einen würde ich mir natürlich einen Damage Cut wünschen vielleicht auch irgendwie sowas wie grüne Karte nachziehen zumindest ein, zwei Mal ein Heilungseffekt vielleicht weil er ist ja halt ein Verteidigungstyp dass er sich halt immer wieder so eine gewisse prozentuale Geschichte heilt das wäre auf jeden Fall nice und eventuell wobei ne Last Man Standing macht hier keinen Sinn eher ein Support Effekt dass wenn er stirbt irgendwie noch andere Charaktere gebufft werden was meint ihr dazu was haltet ihr von einarmiger Genki-Dama-Goku schreibt es doch mal in die Kommentare ja und wie ihr vielleicht auch festgestellt habt in der Meta gibt es aktuell ein paar Senkais wieder der Super Saiyajin Gohan Super Saiyajin Goten die einen Senkai bekommen haben und viele haben natürlich aufgeschrieben darunter ich auch Hybrid Buff noch mehr seid ihr bekloppt aber eigentlich sind die erst Sonnenfamilie buff und das einzig nervige boah ich hab irgendwie ein Haar vor dem Gesicht das kommt mir nur so vor ähm der einzige nervige Buff ist ja dass Goten halt Movie Saga äh Quatsch hier lila Hybrid Buff und ich finde gerade bei den beiden hätten die eigentlich den Anfang machen können ähm die Senkais etwas umzustellen weil gerade hier hätte es sich doch voll angeboten einen äh Buff zu machen der ein bisschen geringer ist und sich dann halt darin äußert dass er halt ähm eine Komm also dass sie nur 25 und 20% buffen auf alle Werte und dann halt alle Charaktere buffen die gleichzeitig Movie Saga und Sonnenfamilie sind das wäre auf jeden Fall eine geile Kombi gewesen weil zusammen also die Hütten zusammengespielt werden müssen hätten die dann diesen Buff gehabt den die brauchen und zwar den 50% buff den sie jetzt ja so ungefähr auch haben und äh deswegen bietet sich natürlich noch ein Charakter ganz besonders an habe ich ja schon in ein paar Videos gesagt ähm es wäre der Super Saiyan Goku hier er ist auch ein Unterstützungstyp hat sogar jetzt noch verhältnismäßig solide Werte aber natürlich 0,0 Buffs womit er was reißen kann seine grüne Karte hat den zugefügten Schaden erhöht und die Wartezeit vom Verbündeten äh verringert jetzt könnte man natürlich bei ihm noch irgendwie so einen Heilungseffekt dazugeben Key Erholung oder so und bei seiner einzigartigen Fähigkeit hat er natürlich jetzt nicht so den dermaßen krassen Effekt gehabt 5 Zeiteinheiten nach Kampfantreten regeneriert 30 Key Künstlerkarten Zielgeschwindigkeit eine Stufe ab für 10 Zeiteinheiten ist an sich schon gut ich würde mir aber mittlerweile entweder eher wünschen dass es passiert wenn er reinkommt oder dass er noch irgendwie zusätzliche Damage Buff Effekte hätte sei es für seine Mates oder für ihn selber nach 5 Zeiteinheiten und bei eigener Kampfunfähigkeit regeneriert 15% Lebensenergie warum gucke ich nicht einfach hier eigentlich auf dem Bildschirm geht auch so ähm 15% Lebensenergie regeneriert zugefügter Schaden 30% ab Key Regeneration 30% ab und finale Angriffsschaden von Sonnfamilie 15% ab also entweder würde man ihnen dann noch mehr Support geben oder man würde ihnen halt irgendwie so ein bisschen Tank Funktion auch geben dass man halt sagt okay wenn er reinkommt irgendwie blockiert er den Gegner was weiß ich versiegelte Karten 4 Stück für 5 Zeiteinheiten dass die Kombos safe unterbrochen wird oder man sagt halt Karten werden zerstört die Kosten der Karten werden erhöht Damage Cut irgendwie sowas würde ich mir auf jeden Fall sehr gern für ihn wünschen und er hat dann noch eine zweite Funktion dadurch dass er ja Doppel Defense gibt könnte man ihn prima auch im Sailen Team spielen weil eigentlich bis auf den Vegeta der jetzt aktuell die Tank Funktion hat und die Supporter Funktion ähm sind halt alles Son Gokus außer Gogeta den man auch durch Ultra Goku ersetzen kann und da würde der sich auch prima machen dann hätte man nämlich noch einen recht guten gelben für Saiyan die aktuell sehr stark abgesungen sind weil die halt keine Survive Charaktere haben oder irgendwelche krassen äh Combo Cuts deswegen würde der sich auf jeden Fall anbieten würde mich freuen was meint ihr dazu schreibt es doch gerne mal in die Kommentare der nächste Charakter den ich mir schon lange wünsche ist der Super Saiyan Gott Goku warum er weil eigentlich jedes Team einen Charakter braucht das HP gibt äh also der HP gibt weil wir haben endlos lange Arsch Combos wir haben hohen Damage und je mehr HP ihr zur Verfügung habt desto besser im Moment haben wir halt Zamasu er gibt Schlag an Schlagverteidigung für God Ki und finde ich nicht 100% optimal und ich sag mal wenn er zum Beispiel God Ki buffen würde wäre auf jeden Fall eine nice Sache außerdem mit dem ähm bald anstehenden Anführer Update haben wir dann nochmal eine Möglichkeit ähm ihn in andere Teams zu integrieren und ich würde mir dann halt wünschen dass ähm nicht nur zugefügter Schaden 20% abgeht sondern vielleicht auch noch Ki zurückgegeben wird irgendwie so 40 sag ich mal ähm oder er noch irgendwie dann eine Karte nachzieht sagen wir er kriegt 20 Ki wieder und zieht noch einen Schlagangriff nach oder sowas das wäre zum Beispiel eine Option ähm bei seiner normalen Fähigkeit hat man halt immer wieder gemerkt so die erste Fähigkeit ist so mäh er kann halt nicht von Statusattributen getroffen werden und seine Ki Erholungsgeschwindigkeit ist extrem hoch das wäre auf jeden Fall eine Option ähm er erhöht seinen Schaden wenn halt Saiyajin Kampfmitglied sind also würde er sich auch für Saiyajin Team anbieten ähm hier sollte man ihm zusätzliche Buffs geben und ein bisschen mehr Tankiness er ist nämlich sehr stark gestorben äh sehr stark sehr schnell gestorben und ähm hat eigentlich trotzdem nicht so viel Damage gemacht ähm deswegen ich würde mir wünschen auf jeden Fall dass sie da irgendwie was in die Richtung machen und hier könnten die auf jeden Fall auch sagen ähm maximal ähm Gottki also Rot-Gottki erhöht um 40% weil da gibt es aktuell noch nichts dementsprechend und vor allen Dingen es gibt nicht viele Charaktere die sich mit Rot-Gottki überschneiden also könnte man das ruhig machen ohne dass man jetzt eine immense Gefahr aufrufen lässt also ich glaube nicht dass der Zamasu so hardcore gefährlich danach wird er wird gut werden aber nicht so gefährlich außerdem sehe ich hier noch Potenzial ähm mit dem Basis kritisch wert vielleicht gibt es da auch noch eine Möglichkeit das zu kombinieren weil der ähm der Goku der Goku der Lilane also der Free-to-Play Goku kann ja auch theoretisch in einem Gottki Team integriert werden und hätte dann die Option auch alle zu buffen mit dem Anführer-Effekt und äh da könnte das hier nochmal eine Rolle spielen weil der kritische Wert wird dann auch nochmal gebufft werden ein weiterer Charakter der Riege der Son-Familie und gleichzeitig Movie-Saga-Charaktere ist der Son Goku aus dem Movie mit den Androids er ist ein Verteidigungstyp und hier finde ich fände ich es interessant wenn er wirklich einen Senkai bekommen würde weil er bufft ja in dem Fall Kino-Versions-Saga heißt so ein Goten und auch ein Gohan würden davon gebufft werden außerdem könnte man ähm wenn jetzt halt ein neuer LF kommt ich rechne immer noch mit Fiskou der dann halt gelb oder rot ist im Bestfalle wäre es dann wenn der äh Otherworld Goku also der gelbe einen Senkai bekommt dass der Fiskou dann rot wäre wenn er dann auch noch einen Senkai bekommt hätte man ein individuelles Movie-Saga-Son-Familie-Team mit allen Farben abgedeckt und hätte dann auch noch einen alternativen Grün für die Son-Familie das Besondere an ihm ist halt wirklich dass er eine grüne Karte hat die halt so ziemlich alles abwehren kann außer natürlich Rising Rush und äh ihm noch den Schaden erhöht außerdem ähm regeneriert das 100% der eigenen Verschwindenleistung und das ist auch an keine nachteiligen Effekte geknüpft das heißt wenn irgendwie das äh gebufft wird also dass er vielleicht auch einmal eine grüne Karte nachzieht oder zweimal im Kampf dann hörte man damit auf jeden Fall ähm einen halben Ultra Instinct sag ich mal seine ähm sein Finale Angriff ist extrem stark und wäre natürlich dann geil zu kombinieren mit dem gelben Goku auch also sprich wenn der einen Senkai kriegen würde weil sein Finale Angriff dann noch stärker werden würde außerdem ist eine Last Man Standing Maschine natürlich müssten seine Effekte etwas verbessert werden im Moment macht er halt nur gegen Cyborg Fernschaden 50% ab was schon heftig ist nach 15 Zeiteinheiten erlittener Schaden 20 Down nach 30 Zeiteinheiten Finale Angriff Schaden ab und nach 45 Zeiteinheiten zugefügter Schaden ab also für den Tank extrem gut und ähm das müsste vielleicht nochmal geändert werden weil ich finde für einen Deckungswechsel der 50% runter geht sollte die Zeiteinheit nicht mehr verlängert werden weil das kann mittlerweile den Tod bedeuten weil wenn man einen Charakter halt länger nicht reinholen kann ist halt gegen Teams die das halt extrem schnell können und davon gibt es mittlerweile sehr viele ähm ja kann das ein K.O. bedeuten wenn er natürlich so einen Effekt hätte dass er eine grüne Karte nachzieht kann man das dann auch extrem gut mit dem gelben Goku kombinieren fände ich halt auch sehr nice weil dann setzt der gelbe Goku seine grüne Karte ein äh Damage wird erhöht und nochmal die ähm Substitutionscounter verringert und er hat halt noch ein ähm Last Man Standing Buff hierbei heißt für jedes kampfunfähige also für jedes kampfunfähige Mitglied 35% mehr Schaden das heißt wenn man das mit hier oben kombiniert bekommt er am Ende 120% mehr Schaden und gegen ähm Cyborg sowieso nochmal erhöhten 50% Schaden sind also 170 ähm das wäre auf jeden Fall ein heftiger Dude wenn der mal einen Senker bekommen würde was meint ihr dazu schreibt es gerne in die Kommentare ich bin ja auch ein großer Fan der Saiyan Saga deswegen fände ich es nice wenn der Saiyan Saga Goku auch ein Senker bekommen würde auch im Sinne der Saiyans weil ich sag mal wenn man ihm einfach wenn wir bei dem aktuellen ähm ja ich sag mal äh Schema bleiben sprich dass die Farbe und ein Tag erhöht wird könnte man ihm blaues Saiyan Saga geben ich glaube außer Raditz kann man damit gar nichts buffen aktuell was relevant wäre und dementsprechend wäre er 0,0 gefährlich es macht auch keinen Sinn ihn äh durch Bardock zu ersetzen also Bardock mit ihm zu ersetzen weil dafür sind seine Effekte nicht gleichwertig genug und er wäre ein prima ähm Alternative für einen Unterstützungstyp im Saiyan Team könnte natürlich dann aber auch in der ähm Saiyan Saga Variante vielleicht gut glänzen wenn halt weitere Units rauskommen aber da die jetzt auf Freezer Saga gebufft haben ist vielleicht das gar nicht mal so ausgeschlossen und wie ihr seht er hat sehr gute Effekte Schlagschaden 50% ab für 20 Zeitanhalt wenn er reinkommt Ki-Relationsgeschwindigkeit ab außerdem wenn äh verbündete Episoden Saiyan Saga oder Saiyan Kampfmitglied sind Fernschaden 50% ab Verschwindenleister 30% ab und da gibt es dann noch eine Ausrüstung die das nochmal erhöht äh das merkt man auch definitiv außerdem noch sein Support-Effekt nach Ende des Gegnergriffs erhält äh Gegner ähm Attributsabzug erlittener Schaden 20 ab bei Rückkehr in den Bereitschaftsmodus bei 3 eigenen Karten oder weniger eine Karte zufällig ziehen was sehr gut ist das ist ein ähnlicher Effekt wie der lila Future Vegeta hat und außerdem zugefügter Schaden von verbündeten 10% ab das lässt sich stacken bis auf 40% auch ein sehr sehr guter Effekt wenn man jetzt noch eine Heilungsoption vielleicht hinzufügt als dritte Fähigkeit und einen Damage Cut wäre ich eigentlich schon zufrieden also ich wüsste nicht was man sonst noch machen sollte ähm seine grüne Karte wäre in dem Fall auch dass er sich einmal 15% Lebensenergie heilt das könnte man meiner Meinung nach nochmal abändern dass er das halt einmal mit 15% macht und hinterher kriegt er halt immer noch 5% oder so wieder das könnte dem echt gut tun und ähm er verringert auch die Wartezeiten äh Zeitanhalten von Verbündeten das ist auch meiner Meinung nach mega gut noch also ich wüsste jetzt nicht was man daran noch verbessern sollte sein biegsames Kamehameha regeneriert nochmal 20% Lebensenergie der Verbündeten und gibt 50 Ki zurück ist auch mega geil ähm auch da könnte man wieder sagen okay wenn man jetzt ein Saiyan Team spielt hörte man den gelben Goku der Senkai hat dann noch ihn dazu und halt noch was weiß ich Super Saiyajin 3 oder Super Saiyajin 4 irgendein roter Goku noch und schon hörte man ein richtig geiles flexibles Saiyansaga Team mit einem ganz anderen Aufbau als jetzt ich finde wir haben einfach zu viel zu schnelle Kombos die zu viel Damage machen das muss irgendwie ein bisschen mehr abhängig voneinander sein und sollte halt nicht dazu führen dass man halt immer nur durchtauschen und unendlich Kombos macht ähm fände ich auf jeden Fall nice wenn der auch einen Senkai kriegen würde was denkt ihr dazu schreibt es mir für den letzten werdet ihr mich wahrscheinlich hassen weil er halt einige Tags vereint die halt ähm sehr gefährlich sind in der aktuellen Meta denn er ist blau er ist super Saiyajin er ist Son-Familie er ist Saiyajin dementsprechend kann er mit Bardo kombiniert werden mit Blue Blue Purple kann er kombiniert werden und es gibt eigentlich auch gar keine Möglichkeit nach dem aktuellen Schema es seien die lösen sich endlich mal davon diesen einen Senkai zu geben der nicht für uns scheiße wäre aber ich mag diesen Goku und ich fände es halt cool wenn er trotzdem einen Senkai kriegen würde wenn man halt manche Senkai so gestalten würde dass die als Paar rauskommen und man dann sagen würde okay er muss ähm gleichzeitig Movie Saga und Son-Familie sein damit er sich bufft dann wäre es meiner Meinung nach fair ähm ich finde auch manche ähm Charaktere könnte man so gestalten dass sie halt als Event einfach nur freischaltbar sind dann braucht man keine Zeitkristalle geben man könnte ihn vielleicht dann einfach bis Senkai 7 abfarmen kriegt dann noch 3000 Seelen so damit man überhaupt zum Senkai Awakening bringen kann ähm er verdient auch definitiv einen Senkai weil wenn wir uns seine Werte angucken die sind schon unterirdisch genauso wie seine Fähigkeit im Prinzip macht man hier einfach nur je öfters man die grüne Karte macht desto stärker wird halt ähm sein super Angriff das ist auch sehr sehr veraltet es sei denn man würde ihnen irgendwie sowas geben dass er automatisch eine grüne Karte nachzieht wenn er reinkommt solange er noch keine eingesetzt hat beispielsweise das wäre natürlich ein krasser Effekt weil die Karten dann halt auch immer wieder von anderen benutzt werden könnten aber irgendwas müsste hier auf jeden Fall geschehen damit das hier irgendwie besser ist vielleicht lässt man das ähm hier mit den Abstufungen und macht dann irgendwie noch dass er Key wieder kriegt oder die Substitutionscounter runtergesetzt werden oder er einen Schlagangriff nachzieht und nochmal Key wieder kriegt irgendwie sowas weil das ist ja schon ziemlich lame aktuell ähm seine Unique Fähigkeiten sind jetzt auch nicht so krass weil er ist halt schon ein ziemlich alter Charakter und da müsste auf jeden Fall einiges verändert werden dass wenn er reinkommt er mehr Schaden macht vielleicht auch ein Damage Cut hat vielleicht auch eine Survive Fähigkeit wäre bei ihm nicht schlecht ähm auch seine normale Fähigkeit die ist halt nur Schlagverteilung Saiyajin deswegen als der damals schlecht wurde habe ich ihn nur noch auf der Bank gehabt und er wurde dann hinterher einfach gegen Super Saiyajin 3 ersetzt weil der immerhin zwei Fähigkeiten also zwei Werte gebufft hat hier ist definitiv Ausbaupotenzial und ähm dementsprechend würde ich mir auf jeden Fall für ihn ein Senkai wünschen was meint ihr wie würdet ihr vielleicht den Effekt aufbauen würde mich mal interessieren schreibt es gerne in die Kommentare ja das war's von meiner Seite aus das waren meine sechs Charaktere den ich auf jeden Fall einen Senkai wünschen würde habt ihr Charaktere die noch sehr sehr alt sind oder die sehr sehr unterschätzt sind den ihr einen Senkai geben würdet ich nehme einen vorweg ihr wollt bestimmt den Roten Rose haben ähm schreibt es gerne mal in die Kommentare würde mich mal interessieren das war jetzt nur so ein kleines Video zur Überbrückung weil ich ehrlich gesagt gerade nicht aktuell so richtig weiß was ich zeigen soll der Broly ist bei mir halt noch nicht auf so einem Stand dass ich halt viel mit dem machen kann und äh ansonsten kommt ja jetzt den nächsten Raid wir haben keine großartigen Events bekommen deswegen war's das von meiner Seite aus ich sag bis dann und ciao Peace und Frieden mit dem